Wir sehen uns wieder hier. Ja, ja, ja. Dick für Sonder ist gerade online und der hat mir gerade geschrieben, was los ist. Ich sag, wir machen gerade Rank. Und scheitert, kann ich noch nach-joint. Alter, guck mal hier, geht's Cheat Battle. Oh. Jawoll. Nein. Lol. Laufen, 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 laufen. Oh, da sind sie alle. Rüber hier. Oh. Oh Gott. Verstanden. Feuer! Oh, schuck, ey. Nicht gut. Spreng dann ein Loch ein, wie du haut. Jawoll. Sein schule Jeep lebt natürlich. Geilstes Auto, das ich mir selber mit wegsprengen muss. Jawoll. Verstanden. Mann, du voll Idiot. Wird gemacht. Oh Gott. Verstanden. In der Mitte, habt ihr gerade in der Mitte ein bisschen Zeit? Nee. Verstanden. Okay. Okay. Jawoll. Jawoll. Mann, ist der da immer noch drin? Ich schmeiß mal ne Granate rein da. Nehmt sie unter Feuer! Jawoll. Lauf! Oh, das gibt's. Oh, scheiße mein MG Schütze. Verstanden. Ja. Ein schönes Fund aufs Maul. Mein MG Gunner. Oh, der ist auch down. Okay. Okay, er macht dann halt so ne Noob-Taktik. Oder machen. Okay. Wo sind denn meine Volksstimme? Sie laufen nicht los. Oh, der lag schon wieder. Okay. Verstanden. Verstanden. Mann. Geh rein da. Oh, da war einer drin noch. Mhm. Jawoll. Teil lobig, oder? Lepak. Nein. Nicht. Okay, du ist da. Sehr gut. Oh, auch abgeschossen? Jawoll. Mann. Wieso kockt der dahinter? Geh hoch mit hier. Verstanden. Oh, da hinten haben die ein schweres MG abgebaut in der Mitte. Verstanden. Ja, richtig geil. Dreck schick gleich was in der Mitte hin. Ja, aber. Verstanden. Jawoll. Feier schon weiter! Meine Fresse, Alter. Oh, hier haben wir jetzt. Low-Bauer, ne? Verstanden. Verstanden. Eine Volksstörung. Fall voraus! Jawoll. Oh. Jawoll. Okay. Jawoll. Ups. Komm erst mal in die Mitte. Los! Oh, mach der hier. Oh, mach der hier. Oh, schieß doch. So, womit kommst du? In. Oh, lol. Was geht hier links ab? Ein Greyhound. Versteh ich. Ich versteh es einmal hier. Steward, muss ich doch glaub mal eine J holen. Jawoll. Fuck ey. Ich krieg hier volles Fund aufs Maul ey. Irgend so'n Noob ey. Oh Gott ey. J, ich brauch die J. Schieß doch daneben. Nein, ich schieß halt nicht ab. Wie kommt hier klar? Dahinten sind alles MG. Ich bring auch mal eine J oder sowas. Ja, eine J ist gut. Nein, du musst infan... Ah, okay. Nur kaum noch. Nur kaum noch. Doch, ey, der ist ja packt. Der trifft doch nicht. Der kann hier sonst ja nicht durchdringen. Keine Ahnung. Oh man, wie ich aufs Maul kriege, ne? Jawoll. Schon ziemlich bitter. Wir hätten... Wir hätten das in M8. Ich springe ein scheiß Jeep in die Luft der Flitter, dann gehe ich auch weg. Oh, er schießt natürlich daneben. Nee, er schießt daneben. Weil er schießt daneben. Jawoll. Lade. Das ist meiner hier. Irgendwas. Oh, jetzt pusht er bei mir. Oh, lol. So ein Ärger. Jawoll. Hier ist nix mit pushen. Vergiss es. Bastard. Jawoll. Wahrscheinlich gleich irgendwo ne Pakt bringen. Wird erledigt. Feuer. Verstanden. Eh. Nee. Dat scheiße. 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 Steward hier. Oh, hier haben wir noch nen Pack. Sag mir auch keiner. Weck der Steward. Weck der Steward. Flak 38, genau. Das kann ich jetzt gebrauchen. Verstanden. Kommt der Cheffy. Okay, wo kommt der? Los. Jawoll. Main Gun down. Track. Ich glaub den Chevy hab ich auch gleich. Komm schon. Mein Alter. Verstanden. Jawoll. Jawoll. Ich glaub die kommen hier vorwärts auf meiner Seite. Sehr gut. So, wir werden gleich nochmal Brandenburger hinterher gebracht und dann... Jawoll. Jetzt geht die Party ab und die Party geht ab. Ah, den sollst du abschießen. Ich hab zwar herbe Verlust für ihn. Oh, den schon wieder daneben. Und so oft daneben schießen? Jawoll. Das hat Licht. Oh. Oh. Die sind MG. Flak 38, wo bleibt die? Die kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Hier muss die hin. Wofür muss die hin? Da muss der Park hin. Die abstellen. Mann. Jawoll. Ah. Bereit machen zum Antrieb. Bereit machen zum Antrieb. Direktes Feuer. Feuer auf mein Kommando. Ja man, schieß den weg. Los. Ne, auf eins wär gut. Warte mal, ich kann einen bringen. Laden. Jawoll. Okay. Die selbe Macht, ey. Nein. Links wird neutralisiert. Sehr gut. Jawoll. 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 Sehr geil. Und der Macht nicht mehr auseinander. Nein. Verstanden. Jawoll. Hat der hier Granaten, Andy? Verstanden. Dein Soldat? Schmeiß mal ne Granate da zu den Typen hin. Ich hab sonst alles. Ich bin grad beschäftigt. Lass Andy mal. Der hat grad den. Mach grad auf seine Seite. Achso. Nimm das! Nimm das! Ich kann gleich ne Ausführung H bringen. Oh, du hast nen Panzer, ne? Den bring ich mal in F1. Verstanden. F1 und nen Haufen Assorts. Oh, komm schon. Und fahr, Junge. Mann, du fahr doch, ey. Kann. Jawoll. Ground habe ich. 2x2. Nein! Oh, ey. Es ist so... Da fährt er übern Stein schon wieder, ey. So was von dumm, ey. Rock hat er gemacht. Boom. Boom. Da bring ich kleine Haare. Da Ding. Der hände schon noch ein MG. Jawoll. Jawoll. Feierschiff. Das ist meine Inf. Verstanden. Will ich hier zwei Soundsecker haben? Verstanden. Jawoll. Jawoll. Los. Jawoll. Was da immer noch einer drin ist? Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Evangel is in the Ringzone. Nehm sie auf jetzt. Feuer, Feuer was ist jetzt das? M8. Crawl. Da hinten ist ein 76, facebook Watch. Jawoll, get fastenber. Und ein Croc in der Mitte. Jawohl, er hat er in der Mitte einen Croc. Ja, in der Mitte ist aber wie ein 76W-Tino. Du brauchst gar nicht versuchen, bitte. Es hat mich erwischt! Kommt da dann noch einer? Scheiße, na egal. Oha, in der Mitte, 76W. Och, komm schon! Okay. Ich stell mich hier nicht so schlau an heute. Das macht nix. Verstanden! Feind voraus! Feuer! Jawohl! Mann! Feierschutz! Jetzt! Feind voraus! Jawohl! Lebt sie unter Feuer! Verstanden! Feuer auf mein Kommando! Pack 40... Haben die Artillerie, wisst ihr nicht, ne? Feuer auf mein Kommando! Feuer auf mein Kommando! Vorwärm! Los! Ja, gut, halt. Mach den nochmal drunter! Verstanden! Jawohl! Für das Vaterland! Komm schon her! Da sind die alle! Verstanden! Verstanden! Ne, ach, dann... Verstanden! Da! Da ist er doch! Feierschutz! Lebt das! Das Ziel ist in Reichweite! Ja! 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 Verstanden! Hm... Führ das Vater! Meiner Seite hab ich ganz gut im Griff hier! Jawohl! Feind voraus! Das Spiel wird auf der Seite entschieden! Jawohl! Mann, rein da mit dir! Kann gleich auch helfen in der Mitte! Jawohl! Ich kann mal rein! 8, 8, 8, 8! Kann ich bringen! Aber ich mach' ich auch mal! Oh, dann lebe ich leichte Felderwitzel! Stuhl in 24 Sekunden! Verstanden! Okay! Los! Oh, schießt wieder daneben. Jawohl, da hat er ihn. Oh, schießt, schießt. Alter. So. Er ist auch down. Ich bringe mal einen Stuhl. Ein Apparatruppes. Den Wett-Sniper habe ich ja. Verstanden. Mann, geh da rein, oh. Hinten sind sie alle. Komm schon, fahr die Stuhl. Das Ziel ist in Reichweite. Das Ziel ist in Reichweite. Super. Der super klappt. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Oh, er hat die 8-8 stehen lassen am Spawn. Mach das scheiß Ding immer. Ich fahrs das schon wieder gar nicht. Wett braucht ihr eine Panzer-Unterstützung oder was? Verstanden. Wohl den, hol den Dings raus. Verstanden. Schießt. Jawohl, mit dem Panzerschrecker den umgehauen. Was für ein cooler Typ ich bin. Schießt. Naja. Nice, nice. Kommt bei mir. Pershing. Okay. Kriegt ihr das hin? Jawohl. Bring erst mal eine Stuhl. Hang das Ding endlich an, ey. Wie gehört, ihr habt eine Stuhl gebracht? Ja. Ja, ich hab auch eine. Los! Ich bin überlegen, was ich mir gegen den Pershing holen könnte. Jawohl. Jawohl. Was zum Herrn da? Ein paar Panzer-Fuß-Schützen holen. Wollt ihr uns erstmal in der Mitte helfen? Wenn der zu weit nach... zu weit in die Mitte kommt, ne, dann... Jawohl. Ist noch ein Paratrooper. Dann ist schon überlegen, ob ich mir eine Hummel holen. Verstanden. Wollt man eine Hummel holen? Jawohl. Warte mal, warte mal, warte mal. Nix, wir stürzen. Ich hab erst mal... Wir haben erst mal zwei Stuhls, das reicht erst mal als Atelier. Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Na! Geht da rein? Ich baut's hier gleich hinterm Haus mit den Stuhl weg. Bei mir kommt jetzt noch ein Krog. Jetzt wird kriminell, was hole ich mir jetzt? Mit dem Krog will er jetzt stürmen. Okay. Warte, ich bau die 8 8 auf. So, leuchte rein in den Punkt. Die hinterm Haus sind tot. Gut. Ich muss die 8 8 aufbauen, Vater, geh da hoch. Warte, warte. Warte, warte. Halt durch, die Uhr halt durch. Bruder, durch. Das Ziel ist in Reichweite! Boah, er hätte nicht weitem vorgefahren. Oh, jetzt fährt er genau weg. Los, schmeiß die Granate, du Affe! Schmeiß! Er schmeißt nicht! Oh, hat er nebengeschossen. Äh, ich bräuchte mal jetzt hier einmal Hilfe gegen den Krog, bitte. Ja... Er ist so behindert dahinter. Main Gun. Immerhin etwas. Wenn er zurückfährt, kriege ich ihn. Oh nein. Ich hab ihn! Sehr gut. Sehr gut. Jetzt versteckt er dahinter, aber Turm... Kommt da hinten, kann mal einer gucken? Die M8, ey. Wo ist die Scheiße noch? Die noch nicht abgeschossen hab. Kommt da hinten! Kommt da hinten! Warte, ob er hier noch ein bisschen hat. Nehmt sie unter Feuer! Die Mitte musst du einnehmen. Das ist wichtig. Da. Krog ist down. Okay. Wird erledigt! Wird erledigt! Scheiße! Feuer! Feuer! Kriegst du... Kriegt ihr die Mitte? Ja, ja, ich krieg die Mitte gleich. Das ist richtig. Irgendwo ist eine M8, ey. Die ist so behindert, die hat schon so viel abgeschossen. Kommt der Pershing bei mir? Verstanden! Verstanden! Granate! Fein voraus! Fein voraus! Langsam, lange kann ich den Punkt aber nicht mehr halten hier, ne? Ist mir schon bewusst. Macht nix. Du müsst die Mitte einnehmen. Kostest, was es wolle. Ja. Wird gemacht! Mann! Ach, erklimmend! Oh, getrackt, Alter! Jawoll, hab ich dich. Du steiße! Jawoll! Verstanden! Oh, jetzt reicht's mir aber gleich hier. In der Mitte kommt 105. Oh, du hast die Mitte doch schon eigentlich überrannt! Ja. Verstanden! Verstanden! Verwärts! Über Pershing könnte schon mal nicht mehr kommen. Bei mir nicht. Jawoll! Weil er einen Croc geholt hat. Bei mir hat auch einer, der einen 8 geholt. Wird gemacht! Er hat Munition! Oh, dieses dämliche MG, Alter. Kannst du hauen in der Stur auf? Ja, da ist so ein Haus davor, ey. Dann schießt der Jan-Russ weg und dann schießt. Oh, Mann. Verstanden! Feuer! Jawoll! Verstanden! 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 Ja. Ich brauche eine Granate! Feuer! 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 Lebt der Pershing noch? Ja. Bei mir ist er abgehauen. Schießt allein. Jawoll! Da ist ihr Macht. Ein großer Pack. Da kommt ein schweres MG. Jawoll! Feier schon! Jawoll! Schwerer MG ist schon im Visier. Wirf! Schwerer MG ist weg. Sehr gut. Noch nicht. Aber jetzt. Ja, wirf die M8 ab, dies ist wichtig. Ja. 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 Jawoll. Jetzt noch mal auf dein MG mit irgendwas. Aber wie ist irgendwas passiert? Wieso stockt er bei mir? Oh, Leute. Ist jetzt nicht da, oder? Oh. Ich wirf noch mal auf dein MG rauf. Ja. Los! Jawoll. Das war mal erfolgreich. Jetzt kommen hier 76 W's, zwei Stück. Ich brauch mal Hilfe. Okay. Das Beste war die Kohlenkantessen-Ausführung. Ey, der hat ihm eine Granate zurückgeworfen. Wie geht das denn bitte? Das macht der Computer manchmal. Das Beste war die Kohlenkantessen-Ausführung H. Naja, das bringt nichts. Ich hol gleich einen Jagdtiger. Äh, Jagdpanther. Jawoll! Wenn ich ein bisschen was verliere noch, kann ich... Wenn man das auffiel. Verstanden! Sieht auf die Infanterie! Okay, das war seine letzte Hoffnung, die beiden. Da ist der Pershing wieder. Los! Verwärts! Ich hab gut viel infiel. Das reicht. Hammer. Ah, ey, Kohlen, erst mein nächstes gegen ihn. Oh doch, jetzt brauch ich was. Ey, komm mir, Jagdpanther. Das sollte lang. Lol, warte, ich schieß mir ne Stu rüber. Trin... Boah. Zu kurz. Ok, was brauchst du für Hilfe? Gar keiner. Ne, habe einen Jagdpanther an. Den komm du rüber mit dem Jagdpanan und schieß den Pershing ab. Ich muss eher erstmal die beiden 76Ws kleeren. Ok, alles klar. Den werde ich so lange Panzerwaffe mit Unterstützung geben. Einer ist, glaube ich, schon mal fast down. Warte, ich schieße da hin. Einer ist down. Sehr gut. Cool, dass man Panzergrenadiere. Boah, wie die weggebrabt wären hier. Sag Bescheid, wenn du noch eine Salve brauchst. Hier bei mir kannst du eine Salve hinschießen. Komme. Hier auf den Punkt drauf. Steht nur so ein schwules MG. Ja, bin gleich in Reichweite. Kommt. Jawoll, ja geil. Vielleicht wieder aufrücken hier. Mal sehen, vielleicht kriege ich den Purschen mit der Panzerfaust weggemacht. Hat das schon mal öfter geklappt, ne? Nein, mit C-100M... Oh, Leute. Okay, mitwirk. Ja, wie kann der mich denn treffen hinter dem Stein, bitte? Ich bin getrollt, hat er mich. Er hat keine Munition mehr, der MG-Schütze. Wo muss doch hier MG-Munition rumliegen. Richte die Mitte. Ja. Oh Gott, ey. Rainer, lauf Rainer. Das ist ein PDR, man. Der hat gar nicht geschossen, noch nicht einmal in dem Spiel. Verstanden. Schon mal hin, fertig, ey. Ja. Wtf. So, ich hole jetzt auch einen Jagdpanther, jetzt ist der Purschen fällig, der kotzt mich an. Ja. Kann er sagen, dass man hier anders Punkte kriegt als im normalen Spiel. Ja, sonst nicht so viele Jagdpanther und so weiter. Verstanden. Ich spiele halt nur gut. Jawoll. Kannst du einfach nochmal rüberschießen? Maxen, maxen. Ja, kann ich. Hier hinten auf der andere Schubel, der MG da. Okay. Aber komm, haufen, warte mal, ich muss eine Salve in die Mitte schießen. Ja, schieß eine Salve und dann eine Salve hier bei mir. Kann das mit dem Jagdpanther zu Hilfe kommen? Braucht ihr die? Oder die muss selber einen, ne? Warte mal, warte mal, lacht da rein, lacht da rein. Jetzt kommt sie. So, und jetzt eine Salve zu dir hin. Ja, hinten aufs MG hoch. Schafft der Purschen mich von Tal of 162 Meter? Nee, ich schaffe mich. Nee, mal. Das solltest du. Würde mich sehr wundern, wo bin ich denn hier schon wieder gegen gefahren? In den Baum gegen. Seit MG schießen. Kommt, ja. Aber die Stuwe wäre wesentlich genauer. Boah, da kommt ein Haufen Infanterie. Jawoll. Jetzt dreht er mir auf seine Seite zu. So, sehr gut. Sehr gut. Da kommt ein Dings. Oh Gott, bei mir kommt ein Panzer. In der Mitte. Ja, hab ihn. Lock. Eingl, der Wanderer hat einen Haufen Leute alle geblockt. Ah, jetzt rutschen wir auf. Okay, ja, Flammenwerfer. Gut, gut, er hat einen Flammenwerfer. Wow, nein. Bring nochmal Paratroops. Ist einer reingelaufen, will down. Ist er noch ein MG oder ist er noch eine Maxen? Was ist er da? Okay, die haben Kali. Okay. Ja, hau ihn ruhig weg. Der kann ihn irgendwie neu holen. Die Maxen Feuer aus allen Rohren. Dann hast du noch einen Krog, kommt da rein in die Mitte. Kann er ihn dann abschießen? Kann mich jetzt nicht drehen, denn pustet mich der Pershing weg. Okay. Naja, er muss noch ein Stück dichter kommen. Kommt er bestimmt gleich. Oh, Kaliope. Engine down. Wendt aus. Kann ihn hier immer noch hindern, hier seinen Punkt wieder einzunehmen. Bauen wir nicht mit 86 Punkten, da haben wir schon. Maxen down. Okay, da ist der Sniper. Sniper ist down, sehr gut. Panzerwerfer hat gleich wieder nachgeladen. Ah, ich nehme den Punkt ein hier. Super. Jawohl. Sieht ganz gut aus hier. Es kommt bestimmt gleich ein letzter Ansturm noch mal. Sagen Sie doch. Ich sehe jetzt schon einen raschelnden Gebüsch. Wir haben zu viel verloren. Jetzt kommt es. Boah. So, jetzt hole ich mir den Pershing. Soldaten. Damit er doch schön wehtut. Guck mal, bei dem Pershing wie dumm er steht. Jawohl. Vielleicht ein bisschen komisch, ne? Jetzt. Oh, jetzt dreht er sich. Schieß. Schieß. Oh, daneben. Abgeprallt. Abgeprallt. Alter, wie kann denn ein hohes Ladungsgeschoss bitte abprallen? Verstanden. Ja, hat mich auch schon. Jawohl. Jawohl. Verstanden. Vom Haus steht nicht mehr so viel, wo ich noch hinfinde. Alter, was? Wird erledigt. Er hat Crew getroffen vom Jagdpartner mit Einschuss auf die Entfernung. Ja. Schieß noch mal. Ah, du musst ihn jetzt kriegen, so wie er steht. Nein, ist aber kein Panzerfaustschützer mehr hier. Ne, aber mit der Jagdpartner muss ich ihn doch kriegen, oder was? Ne, er steht hinterm Hügel, der Drecksack. Ich treffe ihn nicht. Guck mal, mit dem Panzerwehrverlangen. Alles klar. Gehen voraus. Boah, er klemmt schon wieder fest hier, Alter. Jetzt haut er ab. Los jetzt, Jagdpantarlab nach. Daneben, scheiße. Ich bin leer geschossen, Panzerwehrverlänger. Jawohl. Gute Punkte.